Was mir allerdings noch viel wichtiger erscheint nach den ganzen Fragen zur Haltung des Instrumentes ist, dass vor allen Dingen sehr viel Platz noch auf den Deckelplatten zu finden ist. Also egal wie du die Hände jetzt hältst, du solltest unbedingt darauf achten, dass du Raum auf den Deckelplatten hast. Denn eins ist wichtig und für mich sehr entscheidend. Du solltest wirklich schauen, dass du merkst, dass das Instrument nicht vorm Mund liegt, sondern im Mund. Das ist ein ganz großer und entscheidender Unterschied, was vor allen Dingen auch den Klang des Tones natürlich sehr, sehr, sehr beeinflusst. Also die trockenen Außenpartien der Lippen, die haben nichts mit unserem Ansatz zu tun. Also ich setze nicht die trockenen Außenpartien davor, sowas wie... Sowas solltest du dir im besten Fall erst gar nicht angewöhnen. Das Instrument liegt im Mund. Das heißt, die feuchten Innenseiten der Lippen liegen auf den Deckelplatten. Das sollte dein Merksatz sein eigentlich. Die feuchten Innenseiten der Lippen liegen auf den Deckelplatten. Das sieht dann ungefähr so aus. Ja, das Instrument liegt im Mund. Ganz, ganz deutlich zu sehen wahrscheinlich sogar. Und jetzt könnte ich mit dieser Mundstellung erstmal eine ganz, ganz einfache kleine Übung machen. Ich könnte jetzt beginnen, die Lippen aufs Instrument zu legen und Kanal 1, 2 und 3 gleichzeitig zu spielen. Das wäre erst einmal bequem, Kanal 1, 2 und 3 gleichzeitig zu spielen, dass sich das Ganze ungefähr so anhört. Die Luft also einfach nur locker durchs Instrument gleiten lassen. Tief ausatmen, tief einatmen, dann hört sich das eben so an. Mit der Mundstellung könnte ich auch mal ganz locker übers ganze Instrument gleiten. Ungefähr sowas wie dieses. Und zwar hier einatmen, tief einatmen, tief einatmen, tief einatmen, tief einatmen. Ja, so liegen die Lippen immer locker auf den Deckelplatten. Alles ist bequem und ich habe immer mehrere Kanäle gleichzeitig zum Klingen gebracht. Mehrere Kanäle gleichzeitig, Doppeltöne oder Dreifachtöne. Das ist gar nicht dramatisch auf diesem Instrument, weil der Herr Richter aus Haider in Nordböhm, wir sprachen über den bereits, dieser Herr Richter hat einen Tonaufbau gewählt auf diesem Instrument, der harmonisch ist. Das heißt, die Töne, die nebeneinander liegen, sind sehr eng miteinander verwandt. Ich kann die also gleichzeitig klingen lassen. Das heißt, mit der Idee, ich lege die Lippen weit über die Deckelplatten, ist ja erst einmal verbunden, ich lasse immer mehrere Töne gleichzeitig klingen. Erst einmal ist es damit verbunden. Also, wir könnten zum Beispiel auch so eine Melodie wie diese hier. Ganz unbekümmert und frisch auf dem Instrument klingen lassen. Und jeder würde sagen, ja, natürlich, so genau und nicht anders hört sich eine Mundharmonika an. Ja, so hört sich das an, wenn ich immer mit mehreren Tönen gleichzeitig spiele. Aber wenn ich meine Melodien möglichst differenziert klingen lassen möchte, also abwechslungsreich klingen lassen möchte mein Spiel, dann ist das wie in jeder anderen Art von Musik auch. Ob ich nun Volkslieder spielen will, Schlager spielen möchte, Kinderlieder, Country und Western, Rock'n'Roll, Rock, Pop, Jazz, Blues, egal welche Art von Musik ich spielen möchte, Ich brauche für meine Melodien, für meine Soli, natürlich einzelne Töne. Was ja nun bedeuten würde, ich müsste also tatsächlich dafür sorgen, dass ich mit einer Mundstellung, die mir sagt, der Mund ist beim Mundharmonikaspielen tendenziell leicht geöffnet, also tendenziell so aussieht wie dieses, mit so einer Mundstellung, die zugegebenermaßen so ohne Instrument nicht sehr pfiffig ausschaut, mit so einer Mundstellung müsste ich es also irgendwie schaffen, nur einen einzigen Kanal auf diesem Instrument zu umschließen. Nur einen Kanal, denn nur in einem Kanal ist ein einzelner Ton praktisch vorhanden. Ja, und nach so einer Ansage und nach dem darauf folgenden ersten scheuen Blick aufs Instrument, da spürt man schon eine gewisse leichte Art von Betroffenheit. Aber die ist ganz unnütz, denn schon im nächsten Kapitel zeige ich dir, wie du es gerade schaffen kannst, mit solch einer Mundstellung schöne, saubere, klare, einzelne Töne aus deiner Blueshub herauszuholen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.